Ja, das ist kein Ding, aber das ist einfach nur Schluck. Das kann sich doch keiner antun. Das Spiel-Prinzip ist natürlich sehr geil, wenn man so zwei Charakter spielt, aber diese Illustrationen... Ich frag mich, warum die... haben die die Zeichnerin von den GBA-Dingens da gefeuert? Hat die aufgehört? Das war ein Fehler. Na ehrlich, guckt euch die Illustrationen an, die Alucard und so von Symphony of the Night, das ist doch... Die sehen doch richtig cool aus, das ist doch richtig sexy und jetzt ist gar nichts mehr BDS-Spiel. So, hier weiß ich, dass ich weglaufen soll. Ja, genau, wegen den Liften. Weil, dem macht mir jetzt momentan keinen großen Schaden, das bringt auch nichts. Ding, du. Ich stell mich recht gut an, muss ich sagen. Was hat er ab? Oh mein Gott. Der Latsch... Double Tap for what? Before we're dash move. Ähm... Kurz, wir können laufen. Das ist auch ganz hilfreich, aber... Die Federmaus. Das hält hier ein. So, ähm... Wir können dann damit weiterspringen. Und... Ja, es ist zwar kein Doppelsprung, aber... Es hilft uns erstmal. So. Ach Gott. Hallo! Komm ich da hoch? Nee, ich will nicht runter, ich will hoch. Oh, gerade rechtzeitig. Ich bin mir so ein Glück dabei. Super, hier ist gar nichts. Schweine. Hey, ist level up. Warte. Na gut, für das erste wird's reichen. Von 120. Immer wieder gerne. Im Shop gibt's ja, glaube ich, keins. Das ist, was ich sehr schade finde. Aber deshalb... ...wird ich nicht endlich verzweifelt nach Shop suchen, was schon mal gut ist. Hm, nein. Konter! Atage! Wo? So. Ach, die Musik ist ewig. Ja, ich liebe es. Ach. Also, Charakterillusionen und Musik, echt. Einser. Konami habt ihr echt geil gemacht. Ich bin stolz auf euch! Oh, shit. Nein. Okay, das ist gut. Und dass ich vergiftet bin, ist schlecht. So. Cool. Aber ich hab so einen Katzenhals, das ist nicht cool. Oh, ich Gott, ich hasse diese Dinge. Haut doch ab. Haut doch ab, Leute. Wo? 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 Na komm, noch ne Flieger. Lass mich doch mal in Ruhe. Och Gott. Ich glaub, die wollen mich... Die wollen mich an den Kragen. Kann das sein? Wo haben die gegen mich? Ich bin doch gar nichts. Ja. Ich bin nur menschlich. Ich hab Blut in mir. Das ist lecker. Ich dachte, das wird es sein. Ah, das ist... So, weiter geht's. Weiter. Aua. Geht's. Ich find's ätzend, dass ich hier nicht ausweichen kann. Das ist das Wichtigste für mich. Ich weiche zwar nie aus prinzipiell, aber hier in Castlevania ist das hier für mich das A und O. Aber gerade geht's doch. So dumm stell ich mich doch gar nicht an. Das ist mir nicht super. So, ähm, die Story musste mich gar nicht ausfragen. Ich kenn mich da wirklich nicht so aus. Ähm, ich weiß nur, dass wir kein Belmont sind. Also, ähm, kurze Info, wie die Castlevania nicht kennen. Belmont sind die, ähm, eigentlich die Hauptcharaktere immer gewesen in, ähm, ja, also in Castlevania-Teilen. Das waren immer so die, ähm, Familie oder der Clan, der Dracula oder die ganzen Vampire hier im A1 auswischen wollte. So, du, 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 das sagst du nicht. Und dann hat Dracula immer so, au, au, tu das nicht und böse und ja. Das war's dann. Und wo hier, geh mal hin, wo sind wir? Achso, wenn ich direkt drücke, ist die Karte hier, wie man es schon sieht. Und da haben wir schon ein paar Sachen vergessen. Aber, was will man machen, wenn man runterfällt? Das ist scheiße. Oh, geh weg, geh weg. So, jetzt kommen wir. Tada! Oh, das ist schön, das ist schön. Das ist praktisch. Und wo trafst du denn? Möchte ich lieber ausweichen können und das trümpelt hier gar nichts. Äh! Äh! Okay, krieg jetzt. Oh Gott, ich muss husten. Scheiße. Scheiße. Bäh! Okay. Sorry. Dafür. Tudum! Ich liebe Castlevania. Ich will sich an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Aber es ist mir egal. Es ist am Anfang. Anfang ist es immer schön leicht. Ne, ich weiß. Weil, ich finde persönlich, der Anfang und das Ende ist immer schwersten. Mittelpunkt ist es immer schön wunderschön easy. Weil ich so doof bin und den Weg nicht finde. Und immer schön umherrühre, krieg ich immer 1000 Millionen Level-Ups. Und, ähm, 1000 Mal in den selben Raum gehe, weil ich vergessen habe, dass ich schon mal drin war und vergessen habe, was da drin ist. In der Hoffnung, dass es weitergeht, ähm, krieg ich immer 1000 Millionen Level-Ups. Und von daher. Naja, ähm, ich würde, aber bin gespannt, wie es beim ersten Endgegner verläuft, der bald auf uns wartet. Das weiß ich. Was das für einer ist, werde ich jetzt noch nicht verraten. Ähm, blablabla. Level-Up. Das ist schon mal gut. Das ist gut, das ist gut. Level-Up ist schon mal gut. Das ist, glaube ich, das erste, das einzigste RPG, wo ich es liebe, zu leveln. Eigentlich hasse ich es. Das ist komisch, wenn du Rollenspielerin das hast, zu leveln, nicht wahr? Oh, oh, was bist du denn? Hallo, Honey. Honey, ich liebe dich. Ja, komm her. Vier dem Mons, vier dem Mons. Ach, ich bin cool. Ich bin Nathan. Also, wow. Wow, Hugh ist auch ein cooler Name. Koss. Ähm, ja, ähm. Wie heißt er denn jetzt? Auf der Haus-Schauspieler, Hugh. Larry, Hugh Larry oder so, ehrlich. Genau, ich weiß nicht, ich hab's gerade vergessen. Ohne Scheiße, da brauche ich nicht hin. Und da geht's. Ich stelle mich gerade mal so gar nicht so doof an. Und ich komm mir jetzt gerade richtig cool vor. Wow. Tada. Hallo, Honey. Ihr verwöhnt mich, ganz ehrlich. Aber so wehrlich bin ich doch gar nicht. Ich bin zwar ein Mädchen, aber so wehrlich bin ich gar nicht. Glaubt mir, Jungs. Ich liebe euch. Aber dieses Kamilismus ist schon mal scheiße unsympathisch. Vielleicht weil ich eine Frau bin. Jeder, wo jeder Junge jetzt schon mal angefangen zu sabbern, wenn er ein Spiel gespielt hätte. Oder angefangen hätte. Ich nicht. Ich finde sie direkt unsympathisch. Die sieht auch aus, als wäre sie für 1,50 zu haben. Aber gut, eher wie eine Edelnütte. Aber trotzdem. Für Geld. Oh Gott, ist schon wieder so spät. Oh. Okay. Das hasse ich. Oh. Ich. Okay. Andersrum. Tada. Was willst du? Du brauchst mir auch gar nicht dumm zu kommen. Hallo? Was ist denn hier? Wow. Wo bin ich denn hier? Ich weiß es nicht. Wow. Aua. Okay, das wird doof. Ähm. Wo bin ich hier? Will ich hier sein? Macht das Sinn hier zu sein? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber schon mal Herzen. Das ist schon mal gut. Und ich will kein Messer. Ich will was anderes. Alles außer Messer. Ähm. Ach ja, die Messer. Ähm. Die nutze ich so. Ähm. Wenn ich hoch drücke und dann die Angriffstaste. Und hier oben in der Ecke, sieht ihr? Ist dabei die Herzen verschwinden. Ähm. Momentan sind es nur. Ja, super. Sind es nur. Ähm. Eins pro Schuss. Aber. Ähm. Es kommt drauf an. Es gibt hier verschiedene Sachen. Ähm. Ähm. Verschiedene Sachen. Ja, unterschiedlich. Was ich dann. Oh. Die verwöhnen mich. Der Herr des Hauses muss wissen, dass ich eine Frau bin. Ähm. Es ist aber schon mal sehr gut. Es ist schon mal sehr, sehr, sehr gut, dass wir das hier kriegen alles. Es ist schon mal sehr gut. Und habe ich da rübers Luft, da jetzt hinzugehen? Und warum war ich da hinten noch nicht? Ähm. Also ihr müsst euch auch mal Aua dran gewöhnen, dass ich runterfalle. Werde. Und. Was bist du schuld? Und immer ständig auf die Karte gucken werde, weil ich ziemlich orientierungslos bin. Ich bin auch nur an der Frau. Jungs. Ja. Wo? Okay, jetzt fang ich langsam an, blöd zu werden. Und leichtsinnig. Das ist aber bei mir normal. Aber Sterbentumstropfen selten. Also keine Sorge. Keine Sorge. Nur ein Boss kämpfen. Das kann ich dabei aber wiederum sehr gut. Wo? Okay, da komme ich nicht hin. Okidoki. Habe ich denn jetzt das Rest? Gut. Kommen wir runter. Kommen wir da hin? Wir können da hin. So, dann wollen wir. Wollen wir. Wir wollen nach links. Oben und dann links. Allez, hoppa. Nathan, lauf. Lauf, Nathan. Ja. Lauf, Nathan. Dio. Dio.